Ha! Ich hab noch was. Ich hab was vergessen. Entschuldigung. Wie kann mir mein Kind eine Wissung? Drei Monate kannst du hier in Deutschland bleiben. Aber du darfst nicht arbeiten. Was kann man machen? Aber ich will dich nicht behindern. Ich will mich behindern. Du darfst nicht behindern. Du kannst nicht in Hannover sein. Du kannst nicht in Berlin sein. Machen wir deine Augen auf. Bitte. Drei Mal bitte. Drei Mal. Wie geht es in Deutschland? Wie geht es in Deutschland? Wo ist der Deutschland? Drei Mal. Vorher. 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 Er schreibt in meinem Namen. Er hat eine Autos. Vier Leute arbeiten in seinen Wohnen. Komm, Sau machen. Tu aufmachen. Vielen Dank.